so meine lieben willkommen heute werden wir mal meinen hauswasseranschluss umbauen und zwar war vor einiger zeit noch nicht so viel druck drauf dass mir ein vorratsbehälter gebraucht haben diesen werde ich jetzt abklemmen da der druck erhöht wurde und wir keine externe druckanlage mehr brauchen und wie ich das jetzt mache das seht ihr jetzt alles hier seit live dabei viel spaß und wenn es euch gefällt wie immer danke dir für den daumen los geht's so alles ist dicht ist halt nur eine notlösung da sich der klempner mit der wasserwirtschaft streitet der klempner darf nicht vom hauswasseranschluss zur wasseruhr eingreifen dafür ist die wasserwirtschaft zuständig und die wasserwirtschaft sagt dafür ist der klempner zuständig rechtliche situation die streiten sich also bloß eine notlösung bis es mal irgendwann geklärt ist also wenn es euch gefallen hat lasst mir wie immer den daumen da schreibt in die comments und wer mag ein abo völlig kostenlos und ihr wisst immer was auf meinem kanal los ist vielen dank fürs zusehen und tschüss